Moin Moin, herzlich willkommen. Hier ist mal wieder euer Rumpel mit einem kleinen Tutorial zu Entschrouded. Heute ist ja das Update 7.3 gekommen. Kurz und bündig seht ihr hier oben in dem Bereich Up Game Settings, dass die Config erneuert worden ist. Und ja, es sind einige schöne Sachen dabei und auch Einstellungen, die ihr machen könnt. Wir haben das Ganze bei uns auf der Webseite auch für euch verlinkt. Einmal die komplette Config, wie wir sie haben. Hier kann ich es euch komplett zeigen, weil hier sind die Passwörter raus. Und dann haben wir euch das mal hier halbwegs hier in Deutsch übersetzt und beschrieben, wie und was die Sachen bewirken. Und danach könnt ihr euren Server nach Lust und Laune einstellen. Ja, wie gesagt, alles ganz simpel, sind schöne Werte bei, tolle Sachen bei. Und wir werden euch auch mal auf den Server joinen und das Ganze mal antesten und schauen, wie sich das Ganze verhält. Man kann die Nachtzeiten ändern, man kann die Ressourcengewinne verändern, die Pflanzenwachstumgeschwindigkeit kann man anpassen. Und das finden wir schon mal, oder finde ich, muss ich sagen, schon mal sehr gut. Ja, es gibt viele Sachen. Man kann den Spielmodus anstellen, die Schwierigkeiten, wie viel Gegner kommen und so weiter und so fort. Schaut es euch einfach selber an. Ihr findet das Ganze bei uns auf der Webseite unter Config-Sammlung, Gameserver-Config-Sammlung. Und ja, solltet ihr Fragen haben, meldet euch ganz einfach bei uns. Ihr könnt die Config komplett hier übernehmen. Sollte aber auch, wenn ihr den Server neu startet, solltet sie normalerweise sich aktualisieren. Bei manchen Leuten ist es bis jetzt nicht passiert. Also, wie gesagt, könnt ihr die Config-Bounce einfach rausnehmen, diese bearbeiten und hier in den Leitfaden, sag ich mal, nachvollziehen, wofür die Sachen sind. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wenn ihr Lust und Laune habt, bei uns am Projekt X mitzumachen, unserem Bauserver. Oder ihr sucht mal einen Lagerhausserver und so weiter für unseren Projekt X Bauserver und ihr braucht Materialien, dann meldet euch ganz einfach. Schaut einfach mal vorbei. Ja, wir haben auch nicht nur Entschraudet, wir spielen auch noch Soulmask, 7 Days to Die und so weiter. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, ja, lasst einen Daumen da. Wer möchte, kann auch unsere Kaffeekasse ein wenig füllen. Dazu bitte einfach mal melden bei uns auf den Discord oder Teamspeak bei mir, dem Rumpel. Und ich gebe euch die Daten. Würde uns freuen, oder wir freuen uns, wie gesagt, über jede Unterstützung. Ja, ich wünsche euch noch einen recht herzlichen schönen Sommertag. Draußen ist immer wieder richtig warm. Ich hoffe mal, der Ventilator hier hinter mir stört euch nicht allzu. Und ja, viel Spaß beim Entschraudet-Spielen. Vielleicht sehen wir uns bei uns auf dem Server. Schaut einfach vorbei. Ja, meldet euch. Solltet ihr Probleme haben beim Game Server in Style mit dem AMP Web Interface oder sonstige Tools. Ja, lasst es mich wissen und wir schauen einfach mal gemeinsam rüber. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, einen schönen Feierabend. Lieb Gruß. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Rumpel. Ciao, ciao. Bye, bye.